Und jetzt in ein flauschiges Hotelbett fallen. Spitzenidee! Gladio, nichts für ungut. Aber heute kein Zelten. Großartig. Oh, eine ganze Herde! Echter Wahnsinn! Das ist noch wahre Wildnis. 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 Teamwork, Leute! Wie ist's hiermit? Was? Über einen Ausrutscher! Ha! Soll ich dir helfen? Der Plan ist aufgegangen. Ja. Ein bisschen spät für Mitleid. Aber irgendwie hab ich Schuldgefühle. Die Natur kennt auch kein Erbarmen. Also töten wir. Wenn du so ernst bist, läuft's mir kalt den Rücken runter. Das ist noch wahre Wildnis. Das ist noch wahre Wildnis. Das ist noch wahre Wildnis. Nüllen... Das ist noch wahre Wildnis. Und für die Aufbau ist es� Kurzbeschridge. Auch kein großen Schogobus. Schön ruhig hier. Womit kann ich heute dienen? Schaut mal wieder vorbei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay. Nettes Türmchen. Ach, steigen wir rauf? Sicher sehr wenig da oben. Aber die Aussicht ist bestimmt gut. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ganz schön windig geworden. Ruiniert mir noch die Frisur. Ich frage mich, ob das ein Sturm ist oder nur das Terrain. Sorg dich lieber darum, dass dir nichts wegfliegt. Ich frage mich, ob das ein Sturm ist. Ich frage mich, ob das ein Sturm ist. Oh, meine Arme tun so weh. Alles okay? Bist du verletzt? Nee, ich hab Muskelkater vom Gewicht heben. Bitte was? Du hebst Gewichte? Klar doch, du etwa nicht? Und wieso bist du so überrascht? Ich hab das gesehen. Ich hab nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich hab die Ahnung. tut gut mal nicht töten zu müssen 7.5 Uhr 9.5 Uhr 10.5 Uhr 10.5 Uhr 11.5 Uhr 14.5 Uhr Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020